ich glaube ich muss der zeitintervall ist hier sehr niedrig ich habe doch nein das ist doch das ist doch missgelaufen so ist das monster wieder das ist ja immer wild zu spawnen das ist unglaublich direkt drei stück okay du brauchst eine heilung so jetzt müsste man eine größere chance mal bekommen eins dieser monster mal zu fotografieren oder wir schlafen einfach ein dann bringt das nicht viel und dann wenn er uns attackiert das ist doch nicht mehr ach so natürlich ja ich hätte das hau ablacken können ernsthaft wieso können die nie was angreifen angreifen und ihn belabern wieso sagt er ich bin hungrig da muss keiner verstehen toll ich weiß ein bisschen früher aber egal so der ist geschwächt ich weiß nicht oh 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 trinkt beide attacken das wäre lustig wenn man beide attacken einfach mal einsetzen könnte die kamera ist auch erschienen und natürlich muss er jetzt pennen woher wusste ich das ist das was du hast ist das was du hast ach ey k kann man einmal die barry angreifen so jetzt kriegt er vielleicht noch mehr schaden und da ist die kamera cool jetzt pitt er und dann pitt beide und dann haben wir wieder keine chance ähm die kamera zu eins einzusetzen alter fanghüter äh da wir müssten dringend heilen die setzen uns ordentlich zu ah natürlich also er wacht auf und kann da nichts machen keine karten spielen natürlich was soll der dreck so kamera bambus sperr und bluestorm ja das ist ein guter plan oder bluestorm gut jetzt haben wir eigentlich mal ein foto von ihnen geberri dann können wir uns auswählen was wir haben wollen aber ich würde erstmal das monster wählen geberri können wir immer noch fotografieren so langsam geht ihr mir auf die nerven das ist schlecht das ist sehr schlecht okay eins drei passiert nichts sechs das ist gerade sehr schlecht auch auch jäller kannst du mal was nichts kannst du gerade aber du wärst auch nicht angegriffen ja dann bringt das gerade auch nichts so ich hab mal die kommen wir mal ähm also ich hab die wasserkarte da nicht gespielt und zwar fünf eins ok passiert nichts da hätte ich irgendwie die kamera voice oder sonst irgendwie was gebraucht so teller greif du mal an isp 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 Foto von Kibberi. Wir nehmen erstmal das Rananit. Ähm, verwenden. Verwendbar. Okay, Weizenfrecker. Auch sehr nett. Okay, das kommt. Das muss man dauern. Äh, hier noch mal Kibber einsetzen. Nein, kein Weizenfrecker, Kebab. Kein Weizenfrecker, immer noch ein Kebab. So, hier sind sie alle aufgefrischt. Jetzt müssen wir nur hoffen, dass wir da langsam mal daran vorbeigehen. Na, jetzt muss man noch eine Warte warten. So. Oh. Jetzt. Ah, diesmal ist es geklappt. Wundervoll. Was kriegen wir denn hier? Ein Zeitschleier. Wofür ist er denn? Wundervoll. Wo machen wir ihn? Ah, Verceller. So. Moment mal. Verteidigung, Stärkster. Verteidigung, Schwester. Ah, das sind die. Okay, dann tausche ich die natürlich jetzt zum Ende mal aus. Okay. Ach, der war wacht da was. Wie komme ich mit? Ach, ernsthaft. Ah. So, ich muss auch mal kurz dahin. Gut, dass ich das noch gesehen habe. Da. Ich wollte hier lang. Und einmal kurz dort diese Magnus Card Kiste aufmachen. Oh, drei Stück von denen. Ach komm. Ah, ernsthaft? Ich krieg jetzt mal nur Verteilungssachen hier. Ich kann ihn nicht ordentlich angreifen. Och, hör auf mit deinem blöden eiskaltes Wasser, ey. Ah, ich kann nichts machen. Warum? Die einen haben nur Angriffskarten, die eine haben nur Verteilungskarten. Höchst! Ah, ja. Drei von denen ist ordentlich. So, Kelle schläft. Äh, zwei, vier, eins. Fünf. Ich kenne so einen Drachenhieb an. Destruktive Feuer, bei diesem Aufmerkopf! Barm, Alter. Ähm... Gib Barry heilen. Ich schmeiß jetzt einfach mal Karten raus. Ach, das ist doch echt nervig. Was wollen die denn? Was wollen die alles? Geht mal auf Chela! Oh, nee. Die gehen immer auf... Leute, die... ...benommen sind. Und dann hauen sie mich um. Schläfern einen ein und dann hauen sie einen um. Und ich kann nichts machen. Das ist schon fies. Wieso setze ich das bei ihm ein, wenn er geschwächtet ist, Idiot? Nein! Sinnvollst wäre doch gewesen... ...esbar einen... ...zumachen, der nicht... ...ähm... ...hier, wie heißt es gleich? Licht geschwächt ist. Gut, von mir aus. Nehmen wir einmal ein Lichtwal und dann tanzen das Licht. Ne, doch tanzt das Licht. So, der nächste ist down. Du kriegst wieder ein eiskaltes Wasser ab. Wir machen jetzt erstmal ein Foto von Chela. Hey! Hey! Tschüss! Und du, Hals, McBury. Oh, da ist Lebensfunke aufgetaucht. Bin über nichts, wenn die nicht angegriffen wird. Ne, er greift wieder Kallus an. Oh ja, klar. Immer auf die Schlafenden. So hinterhältig. So, wer ist dran? Kallus ist dran. Eins. Zwei. Und Schattenschwarm. Und wer ist jetzt von meinen Krähen zerfetzt? Bam, Alter. Da guckst du, ne? Sorry, ich hatte dich zu einem Problem. Oh ja. So, jetzt haben wir ein Foto von Chela endlich. Und dann ist Geburry dran. Was ist denn hier? Tatsächlich, ne? Magnuskiste. Feuirlanze zwei. Dann tauschen wir die natürlich aus. Feuirlanze gegen... Ah, hier haben wir noch mal zwei. Feuirlanze eins. So. Jetzt gehen wir mal... Hoch. Versuchen das nochmal hier. Ach ne, jetzt kommt ja nochmal ein Monster, ne? Ja. Ah, dieses Vieh, das nervt doch. Och, ernsthaft, schon wieder drei? Ähm... Heilen. Und ein... Helm rausschmeißen. Usch das! Ne. So. Aber das ist gut. Irgendlich mal nur Verträumskarten eingesetzt. Natürlich. Warum auch... ...nicht anders. Aber natürlich. Greift mich bloß an. Oh. Das hat mal diesmal geklappt. Ich hätte mal zwei einsam mal ausprobieren müssen. Ah, Mann. Hatte vielleicht auch... ...die Karte sich verändert. Warum muss ich das einfach mal ausprobieren? Vielleicht, vielleicht. Vier... ...vier... ...zwei. ...zwei. Da ist schon mal die Kamera. Dann kriegen wir gleich ein Foto von G'Barry. Drei. Eins. Sechs. Machen wir einfach. Wir greifen einfach an. Aus anderes können wir gerade nichts tun. So. Schon wieder. So eine Kacke hier. Die gehen immer nur auf die Beinen. Und jetzt ist wieder eher dran. Oh, was freut die denn immer von G'Barry und von Killers? Bis jetzt ist kaum einer auf Chela gegangen. So. Jetzt gibt's noch ein Bambusspeer. Den lockt der ab, weißt du? So. Foto. Zack, schieß. Wie macht ihr... Er macht jetzt ein... Ach genau, er macht ein Selfie. Äh, ihr kriegt noch einen Lederhut von mir. Kannst du dir die aufsetzen? Och, komm schon. Ach so, er lässt mich nur schlafen. Wenn's weiter nichts ist. Jetzt kann Killers nichts. Und Chela kann auch nichts. Jetzt krieg ich auch noch Lebensfunker. Das ist doch nicht wahr. Ich kann nichts machen. Oh, ich kann angreifen. Mir ist es egal, was ich jetzt aktiviere. Hauptsache ich greife an. Los, setz deinen Drachenhieb ein. Oh, jetzt krieg ich mächtig, äh, so viele Karten. Guck mal, dann nehmen wir das furchtliche Barry erstmal. Meine Güte, war das hier anstrengend. Jetzt muss ich nur noch aufpassen, dass ich nicht reinfalle. Was mache ich denn? Okay, okay, okay. Dann kämpfen wir halt noch einmal. Bitte lass nur einer da sein oder zwei. Oh, das ist gut. Nur einer. Das ist herrlich. Oh, Geburry. Geburry muss geheilt werden. Kann er noch mal mehr kommen? So, immerhin um 100. Besser als gar nichts. Ich raste bald aus. Was soll der Dreck? Lass doch mal Geburry in Ruhe. Ich hab ihn noch gerade geheilt. Oh, Keles. Jetzt kann ich nichts fragten. So, 4, 4 und 5 mit Drachenlieb. Oh, das 4 mit dem Paddle um die Ohren. 92. Äh, reicht aber nicht aus. Okay, 3, 1 und dann nochmal tanzendes Licht. Dann müsstest du endlich gesiegt werden. Magic! Dance the light! Dance the light! Das war's für dich. Okay, let's press ahead. Jetzt kriegen wir einen blöden Hahn. So, jetzt aufpassen. Ich warte noch mal ne Runde. Ja. Ich warte mal lieber noch ne Runde. Oh. Das war knapp. So. Was? Ey, das ist doch... Ich war... Ey, das... Oh. Ich war doch schon drüben. Oh nein, jetzt ist es auch noch drei. Ja, und dann zunächst, ich brauche zwei Karten, um aktiviert zu werden. Ey, hör doch mal. Die haben was gegen die Barry. Die haben was gegen die Barry. So, Resistenz. Das ist doch echt ätzend. Oh, der ist geschwächt. Das ist gut. Ja, wir nehmen mal ein anderes frisches Stil. Ach, natürlich. Funktioniert der natürlich nicht. Oh, er ist paralysiert. Sehr nice. Ich kann ihm nichts machen. So, jetzt sind die wieder dran. Die haben was gegen ihn. Was hat die Barry mit euch gemacht? Dass ihr... Dass ihr so'n Hass... Habt. Jetzt schüffelt er mich ein. Ah, wir nehmen jetzt... Ach, keine Ahnung. Machen das einfach mal so. Der ist schon mal weg vom Fenster. Oh, die Barry heilen. Bombe! 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 So muss es sein. Ich hoffe, das hilft. Und dann kriegst du ein Schattenschwammer. Mit 6% mehr Damage. Schmerz-Style. Shadow-Richt. Oh. Okay. 5, 7 und... 7 mit Kristall-Splitter. Aber da steht noch. Er steht noch. Oh, wir kriegen Heilung. Ach, komm schon. Bitte, bitte, bitte. Nein, nein. Das ist doof. 1, 1. Äh. 5. 5. 5. Ah, sehr schön. Der ist down. Danke, alle. Ähm... Und dann sollten wir es geschafft haben. Jetzt haben wir einen ganzen Part lang nur uns hier aufgehalten, die kämpft. 1, 2, 3... Boah, wir haben es geschafft. Ja, Leute, aber... Ich sehe auf der Uhr, da wir jetzt so viel Zeit hier vergoldet haben, ist das nämlich auch schon hier vorbei. Denn das war es mit Baten-Kaitos, die Schwingen der Ewigkeit und der verlorene Ozean. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir hier eine positive Bewertung da lassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Also, bis dann! Sie haben... Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann!